Oh weia, noch nie in meinem Leben hatte ich solches Lampenfieber. Dann guck ich einfach mal hinter die Bühne. Ist was keiner da? Na da bin ich aber erleichtert. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu meiner Zaubershow. Als erstes zeige ich euch, wie man ein Ei in einen Blumenstrauß verwandelt. Und jetzt zeige ich euch, wie man ein Blumenstrauß in ein Ei verwandelt. Abracadabra, Abracadabra, Dubs oder sowas. Ei. Hab ich doch gewusst. Lisa ist ne Hexe. Eitti Mal. Eittes Mal. Eittes Mal.